Leute, und dazu kommt es in der weiteren Part von... Overwatch! Im letzten Part haben wir Anna gespielt und... A, B, ist jetzt Bestchen als B. Dieser hübsche, nette Roboter hier. Bestchen ist eine Kampfeinheit. Also, ja, ein Roboter, wie man sehen kann. Ich hoffe, man kann es sehen so ein bisschen. Na, ist das ein bisschen? Ich habe als normale Waffe einen... Hier. Einen... Einen... Maschinengun? Kann man das Maschinengun nennen? Ich glaube, es ist ein Maschinengun. Ähm, mit... Ähm, mit... Ähm, äh... Äh, also mit, ähm... Ich habe das mit... Ich habe das gerade nicht ein. Halt, ähm... Mit... Ich habe das... Ich habe das... Sneaken, also halt die... Taste da. Ich habe das davon nicht ein. Kann man sich hier in einem Geschütz verwandeln? Und macht halt übertriebenen Damage und schießt mega schnell. Wie man hier gerade seht. Mit E kann ich mich heilen? In geil in welcher Form? Fünf. Ja. Hm, das ist sein Kitsch. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Nehmen Sie ziel den Arm. Ha. Ist klar. Die hat mich jetzt wirklich gut getroffen, als ich gerade aufgestanden bin. Und... Und... Wollte wegkommen und so. Och, Mann. Geh ich gerne wieder kurz rein. Um mich zu heilen. Zack. Geil. So. Ähm... Temperaturen und Bus habt ihr... Also... Die Maps möchte ich euch jetzt irgendwie nicht erklären? Lü... Ich weiß nicht. Das ist nicht so das, was ich jetzt gerne machen würde. Ich möchte eher jetzt richtig spielen halt. Haha. Ich glaub ihr seht wie OP der ist. Nein, nein, ein Matsko. Ich nehm den Pong. Ich glaub derweil. Läuft das Ziel an! Schließ ruhig mehr an! Wenigstens hab ich den noch mitgezogen. Den Jacket. Oh, die Falle... Sehe ich die Fallen nicht, oder bin ich einfach zu... bin ich einfach blind? Und also... Ihr könnt gerne unterschreiben, wenn ihr die Fallen seht. Nur ich hab sie irgendwie nicht gesehen. Ich bin blind. Ich bin schon mal wirklich blind, wenn ich einfach die Fallen nicht sehe. So. Wir haben einen Geschütz am Start! Ist nicht gerade nett von dem Geschütz. So. 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 Ein. Oh nein. Oh nein. Und die Gegner haben ein bisschen Und das war so klar Das war jetzt immer wirklich klar Was passieren wird irgendwie Das Teil springt überall rum Und dann Genau Bei uns Das Problem mit dem Tempel Das geht eigentlich mega einfach zum Verteidigen Man muss halt nur die richtigen Charaktere nehmen dafür Zum Beispiel eine Widowmaker ist perfekt Weil die kann sich hier überall hinstellen und Oh nein Okay Ach lass mich doch alle Ach lass mich doch alle Fahrzeuge Man sieht mich hier nicht oder? Scheinbar ja nicht So Habe ich gerne gemacht Und jetzt stelle ich mich hier hin Mache wieder ein Geschütz Und schon muss ich keine Sorgen haben Und gewonnen Ich dachte es wäre jetzt schwerer Ich halte es schwerer Nur ohne den Tempel das Angebot zu gewinnen Aber Wird schon mal eine kurze Runde Das kann ich vielleicht daran liegen Dass Bastion ganz schön overpowered ist Ich könnte wirklich dran liegen Da Bastion einfach mega viel Damage macht Zum Beispiel Ach nur 9 Kills habe ich Und jetzt nicht seine Ulti Ich hätte mit seiner Ulti gerechnet Aber egal Ja Team Heilung ist immer gut Also 44% ist es ganz schön Vier eigentlich Und der Genji hat drei Goldmedien Äh Vier Goldmedien Ist eigentlich auch super Aber egal Ich setze Drei Tore nur Krass Ich dachte ich hätte mehr Stimmt Drei Mal nicht gestorben Genau Dann sehen wir uns gleich in noch eine Runde best schon wieder Tschüss Bis gleich Okay Es geht weiter Wir sind jetzt Äh Halt Verteidigungsrunde auf Tempel das Angebot Ähm Okay So viele Feinde Schön Er kann sich kaum beherrschen Verdammt Wie gehe ich da bitte lang So Weil ich glaube Verteidigung Also halt Best schon ist sehr sehr gut Tempel das Angebot Ich habe nur 20 Schuss Ich dachte ich hätte mehr Sieht auch irgendwie wie mehr aus So Aha Wenn der Gegner jetzt keinen Junkert hat Dann ist wirklich alles perfekt Ah Aber von hier kann ich perfekt Cheat Äh Ups Nein Das brauchte ich jetzt nicht Ich habe den Junkert Ich will es sehen Sie halten mit falschen Affen Teile ich mich mal ganz kurz Verdammt Die Gegner haben auch einen Also vielleicht Die Gegner mich ja gerade So Das ist für die Gegner gerade Das ist ja sehr schwer An mir vorbeizukommen Das ist das Ende Ich sehe ihn zwar nicht Aber Wo ist er Wo war der jetzt Hinter dir So Kurz heilen Ich fahr Ich fahr Wo der Typ Wo ist er denn Ach so weit über mir Oh man Lass die Kacke Ach verdammt Nachladen ist so anstrengend Sieben Kürz Das reicht doch Schade Aber Nach Landort Würde ich mega mega lange Da gehen wir jetzt nicht lang So jetzt Ähm Wir brauchen Noch Können wir ihn in Ruhe lassen Bitte Was Hier nicht lang Da lang Schnell zum Punkt Was war das Der hat mir noch keinen Headshot gegeben Bitte Der hat mir so ein Fall Bitte Bitte Oh Lucio Lucio mach ich gerne Lucio Lucio nein Ach nö Verdammt Verdammt Das ist wirklich etwas schade Nö Ist auch so eine schnelle Runde geworden Wie die andere Ach Och man Winston Ach man Das Das Ich hab das nicht gesehen Das habt ihr gar nicht gesehen Letztes Mal war man Team Hat man Team mich nicht gekönt Nein Ganz anderen Ich war das Und wieder 16 Minuten Hübsch Familie Kann sich nie mehr im Verstecken Och Lass mich Lass mich Genji Lass mich Nee Lass deinen Gegenverkehr Nee Dankeschön Och nö Nee Oh nein Bitte Team Danke Müsst du Aufpassen Wenn ich jetzt gleich da bin Dann kann Tracer Irgendwas Danke Nee Nee Hatte ich zum Glück noch nicht Puh Anstrengend Hat der Okay das hat mir sehr viel damage gemacht Okay zwei Sachen äh zwei Teile sind gleich das nicht auf ihm explodiert Das macht schon damage kann gut sein Okay das war jetzt nicht nett Oh nein Oh nein Ach nicht ernsthaft Danke Team ihr schafft das alles ihr könnt gut verteidigen hoffentlich Boah Das wird gerade noch eine spannende Runde Mein Ultimate ist bald bereutigt Mein Ultimate ist bald bereutigt Schön dass dein Ultimate beitreitet Aus den Schatten Auf welchen Schatten wenn ich fragen darf Ich habe da jetzt keinen Schatten gesehen Okay Danke Ich heilass mich Wo Oh nein Könnte das jetzt gewesen sein? Wer heißt das? Das 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 Kill of the Match Verdammt Alter lass mich Nee dein Gegenverkehr kann nicht mal ernsthaft Alter Lass mich Ich freut mich sehr für dich dass alles in einem Preis hat aber Ich werde jetzt nur noch gewinnen Der Rest kann nicht mal Wo ist Oh nein Oh Gott Oh nein Oh Gott Oh nein. Nee, nee, nee. Geh ins Feld, geh ins Feld, geh ins Feld, geh ins Feld. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht um den Umkampf. Trommelfeuer? Oh Gott, ich liebe dein Trommelfeuer. Oh Gott. So knapp kann's einfach werden. Sollt mich erstmal kurz hier hin? Das ist kein guter Ort zum Kämpfen. Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, da war das eine schwere Runde. Puh. Ich glaub nicht, dass ich's hab. Also ich glaub, ich hab nicht das... Oh doch. Okay. Gut. Was war's? Das war das, was ich gesagt hatte. Ach, der Rest wurde rausgeschnitten. Kills als Plan... Alter. Neun Kills als Panzer. Und 28... 28 Kills insgesamt. Das ist... Kann sich sehen. Lass nicht, wird's also nichts in der nächsten Mal wieder von... Oh. Pius. In der nächsten Mal wieder von... Overwatch. Tschüss. Peace.